wo bist du an meinem haus jetzt in deinem haus ja sozusagen an der eingangstür meines hauses weil ich da von der seite kommen bin ja ich weiß dass mir jetzt ja wusste kater und noch einmal habe ich alles schon gemacht die kommen immer wieder das ist mir jetzt ja hauptsache die kühe sind da wenn ich hier bei mir bin kriege ich mal 40 frame angröcher so wie viel kühe sind wie viel kühe sind sechs müsste sein schiebt die mal wenn es geht ja genau dann gehen wir ganz allein durch nein nein nicht rauslaufen ja weißt du warum die wieder rauslaufen weißt du warum die wieder rauslaufen weil du in der nähe bist hast du jetzt killt ja nee war das hast du nicht wirklich gemacht doch habe ich das für die restlichen scharfe die heute sind und fertig wo bist du ich habe zwei folgen gebraucht nur um die scheiß kühe dahin zu kriegen und du killst sie kurz vor schluss viel spaß ich habe Untertitelung des ZDF, 2020 Verhalte deinen Scheiß Verhalte deinen Scheiß Verhalte deinen Scheiß Hast du jetzt noch Leder? Ja, das war das ganze Leder von den Türen die hier von der Herde waren Was ich aber immer noch nicht habe ist... Alter, hier portet sich ein Enderman! Hier portet sich ein Enderman! Meint er an der Wand! Enderman! Der würde mir in Ola fehlen! Wo ist denn der? Der muss irgendwo bei mir in der Nähe sein! Der portet sich ja dauernd bei mir in der Nähe! Hast du den angeguckt oder was den Enderman? Hier, Dennis! Äh, Dennis! Was? Ist noch deins! Ist noch deins! Ne, ist von unterwegs deins! Hast du gekühlt! Alter, will der was von mir oder was? Der portet sich ja dauernd bei mir wild durch irgendein Enderman! Amen! Das ist ein Enderman! Das ist ein Enderman! Das ist ein Enderman! Das ist ein Enderman! Höf! Das ist ein Enderman! Und Schuss! Ich finde den Namen so auf dem Sack die Viecher, ey. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020